hallo so bei not a number in dem fall und dj und xander und wo auch immer falls sich erwundert der liebe kata kala der flüstert jetzt uns etwas bei uns will kann aufwachen der ivan alan da sagt es mich wurscht wenn ich könnte mein hamster auf welchen presse nacht aktiv sei es soll auch machen da liegt adrenalin brauche ich kann sie habe meine pillen okay wir machen es jetzt tun wir uns jetzt aufteilen oder und bei dem bei dem der bot mitläuft der läuft halt man anderen damit auf das stehe immer auf der selben stehe okay was ist doch selber stehe und uns muss mich schon sagen der aldi da kommt der tschar-tschar so die städte vorschläge marscher also hat mir gedacht jimmy gibt es auch dort diesen kanister Es gibt zu viele Benzinkanister Okay Na, ich hasse das, ich hasse das So vor allem auf Experte Noch nie geschafft Und wir wollen das jetzt schaffen Ganz einfach Also, ich hole mir gleich den ersten Benzinkanister Ja, na links, da liegen die Waffen Beschützt sie mich gleich, beschützt sie mich gleich Und Na Sehr schön Und weiter geht's Ja, ja, wusch, lass, lass, Alex Na, 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 shit Du hast schon noch volles Leben, Alex, du hast schon noch volles Leben Ja, aber Mehr oder weniger volles Leben Hey, das sind keine Kanister Was ist denn der Scheiß? Fuck Ah, Map-Layout, komplett ein neues Rohrwander Na, lass die Rohrwander Ja, ja, der Kanister runter Hey, da haben wir einen Defi Ja, sicher Kanister Zum Auto runter Zum Auto runter, genau Ja Ich bin ganz hinten Jetzt hau es halt da hinten Ja Passt schon, einfach wieder runter Wir kommen wieder zu dir, Alex Okay Okay, wir kommen wieder runter Ich glaube so viele Ich kann nicht einmal aufnehmen von den Folgen, weil bei mir fangt es sonst wieder an zu laggen Was ein bisschen schade ist Ich bin ganz hinten Ich bin ganz hinten Ja, ich bin ganz hinten Lass mich nur mich aufnehmen Wie meinsch nur du aufnehmen? So wie's gesagt hab Ich weiß grad nicht was du meinsch Na dann legts ned Achso aufnehmen! Ich hab gedacht von Sachen jetzt da so aufnehmen Da oben bist du alle kanister abgeschissen Passt Ich zöre dass alles nicht gut ist Das war doch nicht Oh die ist so behinder Tio Moscheele Ja die ist so dumm ist da Ich hätte gern irgendwo an Flammen Ja ok sie ist Ja 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 Sehr gut Nur so Zeit machen wir das nicht schlecht Ich hab nur die Angst vor dem ersten Ähm Mann was Warum heilt die mich? Ok ja ähm Wir haben ein Problem weil ich hab nämlich kein Molotow Und ich glaub er ist schon da Er ist bei mir da Schmeiß ihn Schmeiß ihn bitte Fahr bei mir hinten wo ich bin Ja Da Alex wo es blau ist Wo es blau ist Da Alex wo es blau ist Da Alex wo es blau ist Wir können dich wiederbeleben Wir können dich wiederbeleben Na wie Na ich bin komplett hier Ich weiß Aber ich wiederbeleben kann ich dich ja trotzdem Ich hab nämlich einen Defi Ja ich hole ihn Ja ich hole ihn Liegen hier genug rum Ich brauche irgendwas Ich brauche irgendwas Ah das bringen wir schon zusammen Wo ist denn der Wichser Mir da Ok das heißt Er da Ich bin Ninja Hinter dir Er wirft Ok Schade Aber ich hab Wir hätten schon gehabt Na ich würde sagen Für die Folge derweil wieder Danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Tschüss